Du suchst ein Mainboard, das nicht nur dein Gaming-PC auf das nächste Level hebt, sondern auch die neuesten Technologien für maximale Leistung bietet? Dann könnte das ASUS ROG Crosshair X870E Hero genau das Richtige für dich sein. Diese High-End-Platine ist speziell für Enthusiasten entwickelt worden und richtet sich an Nutzer, die sowohl im Gaming- als auch im Overclocking-Bereich das Maximum aus ihrem System herausholen wollen. Tauchen wir tiefer in die Details ein. Das ROG Crosshair Hero beeindruckt bereits beim ersten Blick mit seinem futuristischen und eleganten Design. Die Platine ist in einem dunklen Farbschimmer gehalten, das durch subtile RGB-Beleuchtung in der I.O.-Abdeckung akzentuiert wird. Dieses sogenannte Polymo Lighting II sorgt für einen einzigartigen Look, der besonders in durchsichtigen PC-Gehäusen gut zur Geltung kommt. Ein Blick auf die umfangreiche Ausstattung zeigt, dass dieses Mainboard perfekt für High-End-Gamer und Overclocker geeignet ist. Dank des AM5-Sockels unterstützt es die neuesten AMD Ryzen 9000-Prozessoren, die in Kombination mit DDR5-Rahmen und PCIe 5.0 ein extrem schnelles und reaktionsfreudiges System gewährleistet. Du hast die Möglichkeit, bis zu fünf M.2-Laufwerke einzubauen, von denen drei bereits PCIe 5.0 unterstützen. Das ist ideal, um deine Speichergeschwindigkeit auf ein neues Niveau zu heben. Neben der beeindruckenden Leistung ist die Platine auch für ihre hervorragenden Kühlmöglichkeiten bekannt. Sie kommt mit großen, passiven Kühlkörpern, die auch bei intensiver Nutzung für eine stabile Temperatur sorgen. AI Cooling II passt die Lüftergeschwindigkeit dynamisch an, um eine optimale Balance zwischen Kühlung und Lautstärke zu erreichen. Zu den weiteren Highlights zählt die Q-Release-Technologie, die es dir erlaubt, deine PCI-Karten mit einem einfachen Knopfdruck aus ihrem Slot zu lösen, was gerade bei beengten Gehäusen ein echter Segen ist. Auch das BIOS lässt sich dank des BIOS-Flashback-Buttons einfach aktualisieren, selbst wenn du keine CPU installiert hast. Wenn du dir diese High-End-Platine genauer anschauen möchtest, dann schau unbedingt in die Beschreibung des Videos und klick auf den Link zu Amazon. Keine Hardware ist perfekt und das ASUS Rock Crosshair X870E Hero bildet da keine Ausnahme. Hoher Preis, eingeschränkte PCIe-Lanes bei Nutzung mehrerer M.2-Slots. Keine native Unterstützung für 10 Gbps LAN. Doch die Liste der Vorteile überwiegt eindeutig. Unterstützung für PCIe 5.0 und DDR5, umfangreiche Kühloptionen und AI Cooling II, WiFi 7 und Bluetooth 5.4, hervorragende Audioqualität mit ESS Quad DAC, zahlreiche USB 4 und USB-Ports, Polymo Lighting II für visuelle Akzente. Zusammengefasst bietet das ASUS Rock Crosshair Hero alles, was man von einem Top-Tier-Mainboard erwartet. Es kombiniert die neueste Technologie, eine erstklassige Bauchqualität und umfangreiche Funktion, die sowohl Hardcore-Gamer als auch professionelle Content-Creator begeistern werden. Natürlich hat es seinen Preis, aber für diejenigen, die nur das Beste suchen, ist dieses Mainboard eine lohnende Investition. Vergiss nicht, das Video zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und auf den Amazon-Link in der Beschreibung zu klicken, um dir das ASUS Rock Crosshair X870 e Hero selbst zu sichern. Bis zum nächsten Mal!